So hallo und Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS 17. So, wir sind immer noch am Öhrer-D sehen. Ja, so hab ich. Ähm, ja, eigentlich tue ich jetzt gar nicht am PC sein, weil ich krank bin. Ich bin wieder krank, liebe Leute. Mir tut so der Herr Scheele weh. Na, na gut, jetzt geht das auf den... wieder, ne, aber manchmal sind das so zwischendurch in der Zeit, ne, ne, da... Okay, ja, kann ich... da kann ich nur mir den Kopf hauen bis hier und... oh, Alter, ist das kacke. Naja, egal. So, wir haben beim letzten Film haben wir örer-Dig gemacht, ohne Hass den Sieg, so ne, wir sind hier total im Sehstriff. Ähm, aber voraussagen möchte ich, ich habe beim letzten Film gesagt, äh, dass ihr, ja, wie gesagt, mehr aktiver sein sollt. Es ist mir scheißegal, äh, jedenfalls, müsste, würde ich mich freuen, also es ist mir scheißegal, ob jeder, ähm, ein paar Mal auf ein Video draufklickt, es ist egal, aber es würde mich freuen, wenn wenigstens mal die ganzen Videos so 80, 90 bis 100 Aufrufe raubt. Ja, ja, dann, dann, dann zeigen wir, dass es sehr aktiv sein. Mehr will ich wirklich nicht. Das habe ich auch letztens schon gesagt. Da waren halt nicht so viele da, aber vielleicht guckt ihr euch das Video ja an. Und bei diesen 80, 90 bis 100 Aufrufe, es können noch mehr als 100 Aufrufe sein, ne, also es ist mir natürlich egal, ob jeder tausendmal auf dieses Video aufklickt, ne, weil, zeigt einfach, bei jedem Video, das ich rausbringe, so wie bei den Streams, ja. Ja, bei den Streams sind wir auch schon, so schon knapp am 200 Aufrufen dran. Ja, zeigt das doch mal bei den Videos, das würde mich sehr freuen, ja. Und wenn wir tatsächlich 100 Aufrufe jetzt auf diesem Video, was ich jetzt dreh, machen, oder haben, ja Leute, müssen das schon 15 Likes oder mehr sein. Also, es ist euch überlassen, aber es würde mich halt sehr freuen, wenn wir dann tatsächlich bei jedem Video, mindestens, was ich rausbringe, so zart, zähle ich so 100 Aufrufe haben. Mehr ist auch erlaubt, natürlich. Wenn nicht, ist es natürlich ärgerlich, ne, es ist traurig, ist es aber egal. So, wir wollen mal gucken. Ich habe gestern mal ein bisschen, oder was heißt gestern, vorgestern. Oder, keine Ahnung, ich habe mir mal ein bisschen überlegt, was da hinten auf der Kopie draufkommt. Da kommt Gerst auf, liebe Leute, wir wollen nicht alles mit Mais klatschen, wir haben die Kopie vor uns, die hier. Dann haben wir noch, da hinten das Dreieck, sprich die 12, dann haben wir noch die, ja, die 3, die 13? Ja, die 14 haben wir noch, ja, die 13, oh, also wir haben viel mit Mais, das ist, das ist, das ist natürlich zu viel. Das ist viel zu viel, ne, naja. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr kommt zu der Stelle, guckt euch das an, was ich da gesagt habe, ne, mit denen, dass es mich halt freuen wird, wenn wir tatsächlich mal ein Video haben, oder, es würde mich freuen, dass es tatsächlich jedes Video so ist. Ne, es geht jeden Stream so, es geht auch jedes Video so, muss man ehrlich sagen. Ne, das wird tatsächlich so 70, 70 ist schon die Grenze, wo ich sage, ja, gut, es geht, ne, die Leute sind schon so halbwegs aktiv. Dann 80, das würde mich auch freuen, und dann 90, 100, das würde richtig geil sein. Gut, wenn wir dann halt in diesem Punkt stehen, so 70 bis 95, ja gut, das ist auch schon so aktiv, ne. Ja, gut, und dann mit den Likes, ne. Und ich habe euch gesagt, ne, wenn ihr euch, ähm, Aircon zerstellt und mich abonniert, ne, müsst ihr mit dem Aircon online sein, also, sprich aktiv sein, ne. Klar, manche sagen, lasst dich nicht ärgern von den allen, ne, ich so, ja, mach ich auch nicht, ne, aber das finde ich halt traurig. Ich, äh, möchte hören, den Auskommen, ich mache an den Livestreams, heute Abend kommt keiner, deswegen kommt das Video, weil ich erkrankt bin. Ne, wenn wir gucken, dass wir morgen einen rausbringen, nee, morgen muss ich, äh, stimmt, morgen hab ich auch keine Zeit. Na, gut nach der Schule vielleicht, wenn ich morgen zur Schule komme, ich muss heute Abend mal zum Atmen gucken, was der sagt, weil, äh, ich weiß nicht, woher das kommt. ich hatte gestern gestern auf dem Hof der Wutmann natürlich sehr nicht gut ne ich war ein Futter natürlich zu jeden Tag habt ihr ein paar Videos und auf einmal wurde mir ganz anders also ich hatte Kopfschmerzen bis zum Gehen mehr so wie gut heute Morgen ging das einigermaßen ich habe die ganze im Bett so und dann habe ich mir gedacht du musst jetzt mal aufstehen während ich stand auf dem Weg ja nie ne aber es würde mich sehr freuen wenn dann tatsächlich mal Video oder so tatsächlich so nicht nur mal sondern wirklich jeden jede Woche bringen 1 raus könnt ihr auch während der Woche mal ein paar aufrufe da lassen also wirklich und auch gleich ist also gleich die Leipzig ganz ich sie ist Prozent zehn Leute sind aktiv auf jeden Fall aktiv damit leiten und auch 15 20 jetzt sei da zeigt doch mal für den Limassi das 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 nicht mal richtig durchstartet mit den Likes ne also bald müssen wir mal kommen an diesem Punkt wo wir tatsächlich mal auf jeden Video oder jeden Stream mal also streamen 30 und Videos so 20 haben ne also es würde mich sehr freuen wenn wir denn dann und dann mit bei dem Punkt da mit 15 Stunden Likes da gibt mir dieses Likes geht mir da auch nix an klar wenn wir natürlich ein paar Leute haben ja 10 15 Likes 11 Dislikes Prozent dann war ich auch also so wie sehr von mir und das will ich noch nur also ich werde auch das Video wird jetzt nicht so lange sein nun machen 2 3 Minuten weil ich krieg schon wieder den Punkt wo ich richtig kopfschmerzen habe also streamen werden ich krank bin wenn das tatsächlich Prozent sowas das nur mit Schnupfen oder nur Husten oder was dann mach ich schon so wie heute mit Kopfschmerzen so mein Vater sagt auch heute Morgen wir haben auch keine Leistung auf YouTube und so mehr ne es ist halt so ne klar ich mache ein Video aber streamen ist ja nicht Video Video ist ja nur 15 Minuten lang circa wenn nicht kürzer und streamen geht er so über die zwei Stunden maximal bei mir wenn da gute Leute dabei sind ne wir machen ohne Vergassen ja das ist ja öhre dich da können wir na mal gucken ähm ach weil er sie nicht belegt wenn er sie nicht belegt dann können wir nicht äh mehr in die BGA rein schnallen aber mit die kommen wir auch gleich fertig machen mit die hinter uns müssen wir noch zu Dings fahren zur 6 glaube ich ist das dann müssen wir noch die 12 und dann sind wir durch mit Öl red ich nicht bei der 24 doch da müssen wir noch ey was ist das denn ja wie gesagt das würde mich sehr freuen ich hoffe ihr kommt an diesem Punkt an wo ihr zuseht wo ich das gesagt habe wenn nicht ist es natürlich ein bisschen blöd dann soll ich das das den nächsten streamen wenn da gute Leute da sind ähm um gut es kann natürlich sein dass man sich keine Zeit haben dass sie in der Schule sehen oder arbeiten oder dass sie viel zu tun haben verstehe ich verstehe ich ganz und gar ja ich gehe auch bei den Lehre dieses Jahr ja da werde ich auch nicht so viel Zeit haben mit YouTube machen und so ich wohne zwar zu Hause aber ne wenn ich dann abends um 7 8 nach Hause komme und nächsten morgen wieder um 5 los muss äh ne klar man kann für eine Stunde den Stream anschmeißen oder wenn wir dann genug Leute haben die denn oder Abonnenten die denn richtig aktiv sind so mal mit 200 300 aufrufen pro Videos mal 30 Likes oder sonst was aber wenn wir mal probieren jede Woche mal zwei Videos raus zu klatschen ja wenn ich in der Lehre bin weil ich dann nicht mehr so viel Zeit habe zu streamen ja also es würde mich dann halt sehr freuen wenn ihr nicht an diesen Punkt gekommen seid also ihr könnt auch nachreden ihr kriegt ja so eine Benachrichtigung wenn ich auf die Glocke gedrückt habt wird das nix wenn ihr auf die Glocke gedrückt habt ja dann geht ihr eine Benachrichtigung ne er hat ein Video rausgebracht klar wenn du keine Zeit hast dann guckst du es abends an oder sonst was dann bevor du ins Bett gehst mach ich auch manchmal so liebe Freunde das soll es auch gewesen sein ähm ich hoffe es hat Spaß gemacht natürlich ne also ich werde gleich gucken ob ich nun die Koppel zu Ende drehe und dann nur wieder ein bisschen ausrufe es fängt wieder an mit den Kopfschmerzen ich weiß nicht was das ist ich weiß das wird hier nicht lasst doch gerne einen Like da wenn es euch gefallen hat natürlich ne und nehmt euch das zu Herzen überlegt ob ihr das ob ihr dabei sein wollt mit dem aktiv sein und so ich habe in den Streams habe ich reingeschrieben auswitzend Moderator ne du musst immer gucken in der Beschreibung steht das ne sonst ihm nachher morgen oder morgen muss man gucken wenn die Moderatoren sein wollte müssen mich anschreiben beziehungsweise in den Streams reinschreiben ich will aber ich suche nur die die knapp wie immer da sind ne und dann schreiten sie schreiten auf ja und dann mal gucken oder sei tschüss bis dahin auf bis zum nächsten Mal voll versprung aber egal ciao